So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von GTA Online. Und ja, nach der Mission werden wir jetzt mal ein bisschen Quatsch machen und so. Und ja, was machen wir eigentlich jetzt? Achso, ja. Panos, du pimpsst mir jetzt erstmal ein Übermacht und Neo versucht mal zu fahren, ohne Autos zu ficken. Och Mann. Und das von vorne. Oder, ne, 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 kannst du eben aussteigen? Ja, dann will ich bestimmt, dass ich jetzt dieses Auto pimpe. Nein. Weiß du voll, wer am Einkommen so? Du hast das Kopfgeld von 5.000. Verdammt. Waren wir das vor. Du hast das Kopfgeld von 5.000. Ja, jetzt will ich aber 5 Prozent davon haben, ja. Für das, dass du mich vorgewarnt hast. Ja, aber ohne so viel Kohle, aber ohne 300.000. Ja, wenn ich Kopfgeld habe, dann darfst du mich auch schießen. Wie geht das denn mit dem Teilen? Ich stelle, habe das Kopfgeld zu 3.000 oder so. Ne, 5.000 habe ich gekriegt. Ja, aber wenn du Kopfgeld bekommst, 2-3.000. Bargeld oder, ne, äh, Beutel, Bargeld, Inventar, genau. Bargeld, 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 Bargeld aus letztem Job teilen. Genau, und da gibt es mir 5 Prozent, oder 5 Prozent. Willst du 5 Prozent von 5.000? Ja. 5 Dollar oder 50? 250 Dollar. Okay, äh, ja, Neo, stärk mal ein. Wo bist du oben? Ja, warte, ich komme runter. Alles Wasser. Alles Wasser, er schafft es. Darf ich über dich drauf fahren? Nein. Das sieht gerade so geil aus. Lass mich fahren. Kann man aber auch anständig sagen, ne? Ja, die Frau... Gelder, komm, hock dich hinten. Nee, ich bin jetzt vorne. Ich bin schon groß. Du bist 15 und musst hinten hocken. Für Kinder. Wohin? Ähm, ja, zur Los Santos Custom, äh, Autopümpel. Ja, dann Custom, oder schieß mich nicht tot. Ja, dann Custom, dann... Fick die Henne, oder so. Kann bitte jemand mal markieren? Muss ich das ja machen. Mach ich schon. Zu spät, hab's schon. Hab schon. Deswegen liebe ich gerne Ländewagen. Du kannst überall hin, ne? Ja. Vielleicht mit meiner Karose klein und wenn nicht... Alter, sieg geil ist das hier. Hier steht ein Tank. Ziemlich geil. So. In der Außenoptik, falls du die Übermacht siehst, äh, direkt schreien, Panos. Ja. Wie, ne? Fang an zu holen. Wo ist hin? Neu. Warte, 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 ich seh noch, ich seh noch, ich seh noch, ich seh noch. Was siehst du noch? Übermacht. Übermacht. Wo, übermacht, das hier? Ja, das ist doch, das ist der, das ist aber nicht der Übermacht, den ich habe. Das ist da ein anderes Modell, aber es geht an, das... Angreifen. Oder so. Ähm, ja, wir suchen das teure Modell, denn das gefällt mir nicht. Da, Cion und Cabrio, oder wie? Nein, nicht Cion Cabrio, sondern das andere übermacht. Das ist doch genau das gleiche. Nein, das andere sieht besser aus. Das sieht, äh, die Karre sieht irgendwie behindert aus und das andere Modell sieht, äh, eher wie ein M5 aus. Ja, ich finde, das sieht irgendwie voller wie ein 7er aus. Ja, dann halt 7er, ist mir doch scheißegal. Panos! Panos, kannst du eben herkommen? Komm her. Da, 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 da ist das! Bleib stehen! Wow! Boah, Gott sei Dank bin ich ausgestiegen. Panos, wenn du mich tötest, dann gibst du auf die Fresse. Das sag ich dir jetzt schon. Denn Panos, war egal, ob du drin sitzt, das weißt du eh, oder? Ja, steig raus und lass dich töten. Ich bin ohne Moos. Hi, da sind zwei rot markierte gerade bei mir. Danke für das Geld. Du durfte ich noch meine Versicherung zeigen. Delta, komm zu mir, Delta, komm zu mir, Delta, komm zu mir. Ja, aber das Auto darf nicht verloren gehen, Junge, ne? Ja, gib her. Gib her, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Ey, Kopfgeld von 1000. Du hättest mich aber auch steigen lassen, Junge. Hey, Delta, ich will ein bisschen Anteil davon haben, ja? Ja, klar, von 1000, was willst du, 50% oder was? Ey, da sind immer noch 500, was hier mehr? Das ist zum Scheißen, Junge. Ja, hier bringt mehr. Holt mich ab. Hey, guck mal, was soll das hier? Nein, Schluss, Schluss mit, ach, schießen, Leute. Ja, ja, warte, ich gebe dir das Auto. Oh, Mann. Jetzt ist er am Platten. Ich fahr schon mal zu Los Santos Custom. Kustom. Du, zuerst, die Reparatur. Ja, klar, ich zahle die Reparatur. Du zahlst die. Ich hab keinen Platten reingeschossen. Dann pimps du den und dann kann ich den verkaufen und dann kann ich mir eine Bude kaufen. Das ist doch geil, wenn man solche Freunde hat. Die sich töten lassen. Ron, was will der Scheißer. Ich bin Blue Joe von dir. Blue Joe. Du kannst mir gleich. Vollidiot, Alter. Du kannst mir gleich eins geben. Fast nicht. Voller Charakter. Komm. Ähm, warte, 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 warte. Geh wieder raus, geh wieder raus. Schnell, schnell. Warum? Weil ich meine Sachen aussuchen will. Ach, das noch. Aber klar doch. Ja, warte. Was soll ich in der Zwischenzeit machen? Ähm. Ich fühle mich ausgeschlossen. Alter, riskiere ich das? Das ist eh immer ein Spiel. Du könntest ein paar Ladenüberfall machen und mehr Kohle. Wow. Du kannst mir, Jorgens, ähm, warte, warte. Dass du keine Angst gerade hattest, ey. Ne, hatte ich nicht. Hatte ich ja gesehen. Pan off. Ja, ich hätte aber nicht ausweichen können. Ich weiß, wer gleich tötet ist. Ich wollte gerade eben das Auto pink lakinen, aber das kostet 12 Euro. Das ist mir viel zu viel. Du machst das Auto gleich chrom. Neo. Auch das noch. Ja, wie viel soll ich noch ausgeben? Wer hat dir gesagt, wie man glitscht? Oh, das waren auch 100.000. Wegen? Was? Ich klatsch dir gleich eine. 100.000. Was kann ich denn dafür, wenn du das falsche Auto pimpst? Ja, was? Falsche Auto? Was soll ich mit jedem Auto verlaufen? Das kannst du mit jedem Auto machen. Ja, stimmt für dich. Ich hab jetzt eine Million. Boah, kommst du nicht viel früher? Dann hätte ich jetzt keine Ahnung, ein paar Millionen, wenn ich dann doch mit einem NTFE geglitscht hätte. Tja. Ich hab mit dem NTFE geglitscht und hab jetzt eine Million. Und ja, wir werden gleich ein Glitch zeigen, Leute. Also die Aufnahme nicht. Also hier YouTube nicht zumachen. Wir zeigen nämlich gleich einen geilen Glitch, womit man ein bisschen Kohle macht. Und das mehr oder weniger legal. Hupe bleibt. Hupe bleibt. Das schmerzt am Konto. Das tut weh. Warum hier Kofferraum nicht krumm? Ah, okay, perfekt. Und ja, Alufägel brauchst du nicht. Das mach ich dann selber. Motorvoll. Und alles. Oh, Panos ist traurig. Ah, mein Gott. Ich geh doch einmal in den Fahrzeug klauen, ja? Ja, kannst du noch etwas? Übermacht klauen. Ja, ich hab auch nie. Nee, will ich jetzt nicht. Das machen wir mal spontan. Nee, das machen wir mal spontan. Reichen dir 70.000, das ist mir viel zu schmerzhaft. Ach, komm. Du kannst dir die Kohle nochmal glitzen. Was für ein Zigeuner? Oh, ne Spaß. Ich bin ein Zigeuner. Ich hau dich gleich. Ja, komm her, Junge. Ich brauche von dem Drang, jetzt den Entzündungsbombe reinzumachen. Alter, Leute. Furzt nicht, wenn ihr gerade Kyros gegessen habt. Das ist keine gute Idee. Wenn ich jetzt mal fahren, dann verkaufe ich den, dann hab ich endlich ne Bude. Alter, er hatte 500.000, jetzt 274. Und an alle Zuschauer ein Dankeschön an Panos, der uns diesen geilen Wagen... Ach, wir fahren erst mal kurz ne Runde hier, wa? Ja, komm zu mir. Kurz um den Block. Nee, hier, kurz um den Block. Nimm mich wenigstens. Nee, 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 komm einfach zu mir. Ist ja nix dabei. Nee, dann verlierst du das Auto oder so. Nee, komm einfach zu mir. Nee, komm einfach zu mir. Nee, komm, what the fuck. Ey, warum stehst du da kurz um die Ecke? Vertrau mir doch einfach. Doch. Nein. Mann. Hast du schon Teilsänder und so dran? Nee, das verkaufe ich jetzt. Bist du den nicht glitschen? Nee, der nächste, der Panos mir macht, den glitsch ich. Oh, der nächste, den er noch macht. Der nächste und der übernächste und der 200. Nein, nur noch eins. Nur noch eins. Dann habe ich ne Garage und dann kann ich die selber glitschen. Beiner, du bist so ein Mischlingstreiner. Ach du scheiß, jetzt bin ich einfach raus. Mann, warum bringst du mich düreinander, Junge? Warte, einmal ein Auto übersteigen, gell, Delta. Ja, ja, ne, nicht übertreiben. Nee, nix sagen, verdammt. Was ist denn? Nee. Da kam halt ein richtig geistes Auto. Oh, ja. Okay, verkaufen. 92.000 nur, Panos, du bist so ein Geishals. Hey, hab doch alles reingehauen, Mann. Ja, ist klar. Ja, 92.000, jetzt soll nicht rum. Hey, komm, ist schon in Ordnung, 150.000, oh, the fuck, Panzer. Ey, töte mich nicht, töte mich nicht. Ach, das macht nichts. Darf ich mitfahren? Alter, ich bin nicht drauf. Alter. Nee, man kann leider nicht mitfahren. Aber wir können draufsteigen. Dann ganz drauf. Du tötest mich gleich. Nee, 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 ich will ja nicht. Ich kann nicht aufstehen, du hast mir die Beine gebrochen. Alter, ich liege da, oh, Alter. Warte, ich bin lach. Autsch, Junge, jetzt auf. Töte, Panos, töte, Panos. Nein, töte mich nicht. Alter, Panos, aua, 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 aua. Panos, noch eins, noch eins, noch eins, bitte. Panos, aus. Dieser kleiner griechischer Homo. Ist jetzt tot. Okay, dann brauche ich dich ja jetzt nicht zu töten. Leute, könntet ihr mir jetzt helfen, ein Haus zu kaufen, was sich lohnt, mit sechs Plätze oder so? Kann mir denn einer von beiden noch 20.000 schenken oder so? Ah, das auch noch. Wie viel? 20. Ja, wie sollt ihr das machen? Warte, ich guck mir hier. So, Leute. Ach komm, jetzt kommen die Bullen. Warte, ich such mal im Internet. Lass uns mal ein Glitch jetzt machen. Warte, erstmal hier eine Bude suche. Ich komm mir jetzt eine Bude. Ja, bitte mich nicht plattfahren, ja? Alter. Leute, ich brauch eine Bude. Ich habe 150.000 zur Verfügung. So, Gebäude hier. Warte, dann haben wir. Sechs Wagen. Oh, haben wir schon eins. An der Las Lagunas Boulevard Apartment 4. Guck mal die Karre an. Ich will aber das ganze Geld nicht verbrasseln. Hundertfünfzig. Hundertfünfzehn. Warum, äh... Explodiert er alles? Einzug vor 40 Jahren rein, gar nichts. Zwei Wagen. Ja. Zwei Wagen. Gieß mal auf mich. Sechs Wagen, also hundert... Ich bin ein Haus ankaufen, Jal Bobbys. Hab ich dich erledigt, wie denn das? Ja. Wo warst du, du? Er stand in der Hände und hab mir eingekwitscht. Alter, Panos, das war ass von dir. Das war Panos? Nein, ihr habt dich getötet. Ja, er hat einen für seinen Auftragsmord hier gemacht, ja. Okay. Panos! Ja, Frieden, ja. Willst du mir einen blasen? Nein. Kannst du später machen. Lass mich erstmal ein Haus kaufen hier. Gibt es da unten was überhaupt? Oder nur einen Schlitz? Ist das nicht so bei Griechen? Aber bei Italienern. Italiener sind für ganz andere Sachen. Italiener sind für ganz andere Sachen. Italiener sind für ganz andere Sachen. Bekannt, sage ich nur. Und Griechen einfach nur für Pleite sein. Und jetzt halt die Schnauze und suche ein Haus. Scheißegal. Ich hole mir das jetzt. Panos, wo hast du dein Haus? Ach, dein Haus wird schon wieder so teuer sein. 255. Fertig. Ach, ich hole mir das und Schluss ist. So, das holen wir uns. Das gefällt mir. Das gefällt uns. Anfahrt. Immobilien kaufen. Zurück zur Karte. Immobilien kaufen. Du hast nicht gelügend. Hä? Hast du es als Bargeld? Brauchst du es auf der Bank? Nein. Ach. Habe ich das als Bargeld? Dann gehen wir erstmal an Finanzen und Dienste hier. Wo ist das? Maze Bank, ne? Ja. Hauptmenü. Komm jetzt. Einzahlung. Das muss auf der Bank sein, ne? Ja. Langsam fertig. Ich lach mich jetzt tot. Das Geld ist komplett weg. So, Dienste 8. Hier. Wo war Valschaas Apartment? War das denn jetzt? Ähm. Nn, 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 nn. Aber wie sieht denn das aus? Fällt mich nicht. Halt, ich hab nur 4 Sterne. War das das hier? Ähm. Zurück zur Karte. Das gefällt mich alles nicht. Das gefällt mir nicht. Das war's. Ja. Royal. Immobilie kaufen. Bearbeite Überweisung. Hammer. Drück zur Karte. Raus. Ich habe nur noch 32.000. Und jetzt gehen wir erstmal in unsere Bude rein. Ja komm jetzt. Der amerikanische Traum. Trophäe. Geil. Und der Panos wickt sich neben mir eins. Und ich habe jetzt einen Mechaniker. Muss ich denn jetzt bezahlen oder was? Ja. Ähm. Ja. Panos. Tu jetzt nicht so als ob du's nicht weißt. Zeit. Fahr mich zu meinem Auto. Äh. Zu meinem Haus. Ich komm mit. Okay. Warte. Ähm. Ja. Mein Haus ist eigentlich ziemlich nah. Ja. Ja. Ja Delta. Wie weißt du wenn du mich mal mit... Wenn du schon los fährst dann nehme ich auch mit. Ich feier nicht los. Ich warte ja dass du... Äh. Ich hab kein Auto. Panos ist gestorben. Damit hat's warum das Ganze erledigt. Pulsis hat mich angefahren. Sind die verrückt. Ich renne einfach zu meinem Haus. Also wer ist mehr... Ähm. Gemein. Ich oder die Polizei? Äh. Wow. Der ist einfach nur an mir vorbei gesprintet. Und da ist unsere Garage. Panos ich brauch ein paar Autos. Nicht blöd dann ja. Ah. Meine erste Garage. Ach wie nett. Ne meine erste Garage. Ne. Das war auch meine. Ja. Auch deine? Ja. So Leute. Und nun haben wir eine Garage. Ja. Du kannst Fahrzeuge in deiner Garage sicher abstellen. Dort haben andere Spieler keinen Zugriff auf sie. Dat ist geil. Und ich weiß auch was ich mir jetzt kauf. Ich werde drauf geh'n. Ich werde drauf geh'n. Ich werde drauf geh'n. Panos hast du Angst? Ich bin hier bei Rumble durch. Ja der Kornos ist jetzt den scheiß Kitsch machen. Ich glaub die Leute warten jetzt noch ewig drauf. Ja warte. Der zeigt mir ja hier. Das schaffen wir wahrscheinlich nicht. Und die Leute schreien gerade. Nein. Ich wollte das sehen. Äh. Ein Gletsch zeige ich euch. Wenn ich den auswendig kann. Denn Google will leider nicht aufgehen. Ähm. Ja wo war das? Internet. Ich hol' mir jetzt einfach ne Carbon RS. Reise und Transport. Legendary Motorsport. Und. Ja. Ihr geht einfach. Oh. Gratis. Dat holen wir uns sofort. Warum kannst du nicht bestellen? Wählen sie einen anderen der verfügbaren Farbe. Bla 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 bla. Okay. Äh. In schwarz. Ist ja gratis. Und bestellen. Und schon haben wir ein Auto. Eigentlich ziemlich geiles. Das ist der Skyliner. Ähm. Ja. Ihr geht einfach auf. Ups. Ja. Da ist es. Carbon RS. Ähm. Ja. Was. Wie geht dieser Glitch? Ihr geht einfach auf. Ein x-beliebiges Auto. Das kennt wahrscheinlich schon jeder. Aber ich zeig's einfach mal trotzdem. Und ich geh auf den. Entity. Hier. Schieß mich nicht tot. Dann. Muss man auf den. Home Button. Home Button. Ganz genau. Und für. Warte warte. Auf der PS3. Muss man dann. Ähm. Ja. Erstmal Home Button. Dann auf den Link. Null Kreis. X. Ja. Kreis X. Meine ich doch. Und dann müsst ihr alle löschen. Bis. Ähm. Wie war das nochmal Panos? Bis zu. Ja. Würde ich jetzt gerne wissen. Ja. Komm. Für unsere Abonnenten. Ich muss selber gucken. Warte. Okay. Wir suchen uns einfach mal. K. Und schreiben 28 drauf. Mal schauen was passiert. Ähm. Ja. Und. Enter. Äh. Äh. Geh mal ein bisschen zum Sch- We can not find the page. Und da ist ne Mona Lisa. 404 R. Okay. Leute. Ich sag mal so. Wir machen gleich ein kleines Let's Play. Nur mit dieser Glitz. Es tut mir leid, dass ich in diesem Let's Play keine Glitz zeige. Es tut mir wirklich leid. Aber ich habe aus musste sein jetzt. Und somit beenden wir auch die Aufnahme. Au revoir. Bye bye. Adieu. Und.